Jo, was geht? Freut mich sehr, dass du heute zum Portfolio-Update dabei bist. Herzlich willkommen. Ja, ich würde sagen, wir legen direkt los zum Portfolio-Update. Wie ihr seht, der aktuelle Depotwert sind ca. 1500 Euro, ein bisschen weniger. Also ich bin 0,45% nach unten, also 7 Euro ungefähr verloren von dem, was investiert wurde. Das heißt, diesen Monat wurden meine Sparpläne ausgeführt, die ich in den anderen Videos angelegt hatte. 1.000 Euro habe ich diesen Monat investiert, bin jetzt bei ca. 1500 Euro insgesamt Portfolio-Wert. Und ja, wie in meinen 2020-Zielen im letzten Video, als ich da ein bisschen umfassender um die Ziele gesprochen habe, habe ich mir ein großes Ziel gesetzt dieses Jahr, nämlich diesen Wert hier auf 20.000 Euro zu bekommen. Also ja, großes, großes, ambitioniertes Ziel. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Aber ich habe ja schon in mehreren Videos gesagt, was dieses Depot betrifft, ist bei mir Agro-Mode-On. Also wir werden sehr aggressiv da rein investieren und mal gucken, wo wir rauskommen am Ende des Jahres. Eine Sache, mit der ich gar nicht gerechnet habe, weil ich habe die Dividendenzahlungen vorher nicht recherchiert, also ab wann diese Wertpapiere, die ich hier bespare, ab wann die das erste Mal eine Dividende ausschütten. Und mein erster Sparplan wurde ja Anfang Dezember ausgeführt, über 500 Euro ca. Und es kam jetzt schon die erste Dividende rein. Also Ende Dezember oder Mitte, im Dezember kamen hier die ersten Dividenden rein. Also wenn wir hier schauen, meine Aktivitäten, hier haben wir viermal Dividende von fünf Wertpapieren, die ich bespare. Einmal den ETF auf S&P 500, High Dividend, dann haben wir den Vanguard All World High Dividend, hat ausgeschüttet. Und die beiden Anleihen-ETFs von Vanguard auch, haben ebenfalls ausgeschüttet. Wie ihr seht, lächerlich gering, 10 Cent, 2 Cent, 80 Cent und 93 Cent. Da kommen wir insgesamt auf 1,86 Euro. Also im Dezember 1,86 Euro passiv verdient. Klar, super wenig, aber hey, ich habe für das Geld keinen Finger krumm gemacht. Mir wurde es einfach so gegeben, weil ich Wertpapiere besitze. Das ist die Magic an Dividenden und je schneller wir hier hochkommen, desto besser. Und ihr habt vielleicht öfter, wenn ihr ein bisschen in der Finanzwelt euch eingelesen habt oder Personal Finance interessiert seid, habt ihr bestimmt schon mal von dem Schneeball gehört. Ich habe das auch schon mal erwähnt, der Schneeball, wo sich ein Portfolio oder ein Vermögen von alleine vermehrt, ohne dass man viel machen muss. Und im Prinzip der kleinste Schneeball, den man sich vorstellen kann, ist, wenn man einen Sparplan hat für 25 Euro, was der geringste ist bei der Comdirect oder bei vielen Banken an Wertpapiersparplänen. Wenn dieser Dividendenbetrag hier, den ich reinbekomme, 25 Euro pro Monat überschreitet, kann ich quasi von den Renditen, von der Dividende, die ich bekomme, durch mein Portfolio den nächsten Sparplan erzeugen. Und dadurch wird die ganze Nummer immer größer. Und wenn die nächsten 25 Euro da sind, kann ich den nächsten Sparplan wiederum finanzieren. Das heißt, irgendwann bespart sich dieses Portfolio von selbst sozusagen. Das ist so, wenn der Schneeball erstmal richtig ins Rollen kommt und wenn es anfängt, Spaß zu machen. Genauso sieht man nicht nur die Käufe Anfang Dezember und die Dividenden, die im Dezember ausgestellt wurden, sondern es wurden natürlich Anfang Januar jetzt auch wieder die nächsten Sparpläne ausgeführt. Und zwar für 1.000 Euro, wie ich es vorhin gesagt habe. Das heißt, wir haben den S&P 500 High Dividend, den Vanguard All World High Dividend, die beiden Anleihen-ETFs und den iShares REIT, also Real Estate Investment Trust, auf Developed Markets ebenfalls ausgeführt. Die sind also alle mit drin. Deswegen die 1.500 Euro Portfolio-Wert. Und ja, dann werden wir schauen, was im nächsten Monat ausgeschüttet wird. Vermutlich nicht viel. Die Anleihen-ETFs sind die einzigen, die jeden Monat ausschütten. Die anderen alle sind quartalsweise unterwegs. Aber manchmal verschiebt sich da ein bisschen was. Deswegen schauen wir mal, wie wir hier reinkommen. Ich track das hier alles und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich erwarte eine schöne steile Kurve von links unten nach rechts oben. Okay, soviel zum Portfolio-Update. Ich wollte euch heute auch noch ein bisschen darüber erzählen, wenn ihr 2020 startet mit Investieren, auf was ihr da achten solltet. Also ich habe vor ein paar Jahren mit Investieren angefangen. Ganz klein auch. Und es gibt ein paar Dinge, die im Vorfeld einfach zu beachten sind. Wir machen hier eine kleine Checkliste zusammen. Das sind nur vier Punkte. Und bevor ihr in 2020 anfangt mit Investieren, ist es ganz wichtig, schaut euch eure eigenen Finanzen an. Was habt ihr zur Verfügung? Wo geht euer Geld hin? Und das Allerwichtigste ist, ihr habt gegebenenfalls Schulden aktuell. Konsumschulden, einen Kredit, bezahlt ein iPhone ab oder ein Laptop oder irgendwas. Und es ist super wichtig, davon eine anständige Liste zu machen. Schaut nach, auch wenn es nervig ist, wie viele Zinsen bezahlt ihr da. Und dann baut diese Schulden ab. Denn, sagen wir mal, ihr investiert jeden Monat euer Geld. Ihr fangt an zu investieren und ihr bekommt eine 5% Rendite. Nur mal als Beispiel. Im Jahr. Oder von mir aus 8%. Aber wenn euer Kredit, wenn ihr die Zinsen, die ihr da drauf zahlt, 10% sind zum Beispiel, dann macht ihr den größten Gewinn, wenn ihr diesen Kredit loswerdet. Dann spart ihr euch 10%. Und selbst wenn ihr potenziell mehr rausholen könntet durch Investieren, es ist ein psychologischer Effekt, der eintritt, wenn ihr schuldenfrei seid, dass ihr quasi diese Freiheit habt, dann mit dem Geld wirklich zu investieren. Das heißt, wenn ihr 25 Euro, 50 Euro, 100 Euro im Monat locker machen könnt, durch Gehaltserhöhung oder durch Einsparen. Vielleicht ändert ihr euren Stromanbieter oder kündigt irgendwelche Subscriptions, die ihr nicht mehr braucht. Alles, was ihr einsparen könnt, steckt in die Schuldentilgung. Und wenn die Schulden weg sind, dann habt ihr quasi einen Head Start. Ihr rennt über die Ziellinie über los. Weil sobald der Schuldenberg weg ist, habt ihr alles, was ihr zur Tilgung verwendet habt und könnt es sofort investieren. Also Schulden abbauen könnte das beste Investment sein, mit dem ihr anfangt, bevor ihr startet überhaupt. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Es kann auch sein, ihr seid richtig motiviert, mit dem Investment zu starten. Dann kann man das auch splitten natürlich. Also steckt zum Beispiel 60% von dem Geld, das ihr überhaupt sparen könnt, in die Schuldentilgung und 40% in Investment. Sucht euch da euer eigenes Ding aus, aber vergesst diese Schulden nicht. Wenn ihr die abbaut, wenn ihr schuldenfrei seid, lässt sich diese ganze Nummer viel, viel einfacher starten. Konzentriert euch also als allererstes mal da drauf. Als zweites, investiert nicht euer komplettes Geld. Also sagen wir mal, ihr habt 0 Euro gespart aktuell. So habe ich angefangen 2017. Kein Euro gespart, kein Euro investiert und ein paar Schulden gehabt. Nicht zu wenig. Was macht man jetzt als erstes? Man fängt an, die Schulden abzubauen, aber bevor ich irgendwelches Geld investiere, sollte ich mir einen Notgroschen aufbauen. Notgroschen ist einfach Geld, das ihr bar, liegt auf dem Tagesgeldkonto oder irgendwo, wo ihr schnell Zugriff drauf habt, auf einem separaten Konto. Ihr solltet es nicht dafür verwenden, zum Beispiel essen zu gehen oder euch eine Karre zu kaufen oder irgendwas, denn Notgroschen ist wirklich für Notfälle. Kühlschrank geht kaputt, ihr müsst umziehen und eine Kaution hinblättern oder, oder, oder. Da gibt es verschiedene Metriken, zum Beispiel es sollten drei Netto-Monatsgehälter sein, es sollten sechs Netto-Monatsgehälter sein. Ihr müsst es für euch definieren und zwar nicht an Geld per se, also ich brauche 5.000 Euro oder 10.000, sondern an Zeit, wenn ihr euren Job morgen verliert, egal wie unwahrscheinlich das ist, wie viele Monate müsst ihr auskommen, arbeitslos, ohne Einkommen, um das zu überbrücken. Also sagen wir mal, ihr braucht 1.500 Euro jeden Monat an 1.200 Euro Fixkosten, 300 Euro so für das tägliche Leben als absolutes Minimum und dann braucht ihr ungefähr drei Monate, um einen neuen Job zu finden zum Beispiel. Also dann braucht ihr dreimal 1.500 Euro netto auf der Seite. Das könnt ihr auf sechs Monate machen, das könnt ihr, vielleicht sind eure Fixkosten höher oder eure Nebenkosten, wie auch immer, das müsst ihr für euch definieren, aber geht danach Zeit. Wie viel Zeit müsst ihr überbrücken, wenn ihr keinen Job mehr habt? Und das spart ihr euch als Notgroschen in Cash auf die Seite. Das wird nicht investiert, das wird nicht angefasst, das ist als Notfall da. Und ich kann euch nicht sagen, wie viel psychologischen Druck das aus eurem Hinterkopf rausnimmt, den ihr nicht mal wusstet, dass er da ist. Als ich das erste Mal 3.000 Euro auf der Seite hatte, die einfach da waren, zur Sicherheit, das ist unglaublich, dass man weiß, man muss nicht mehr ins Dispo oder man hat am Ende des Monats nicht mehr diesen Druck. Nicht, dass man da die ganze Zeit rangeht, wenn ich jetzt nochmal in den Supermarkt gehe, aber ich wusste einfach, selbst wenn mein Konto auf Null ist, ich habe das noch, falls irgendwas ist. Und es gab schon die eine oder andere Situation, wo ich das verwenden musste und dann war mein Fokus wieder, das aufzubauen, also diesen Notgroschen wieder anzusparen. Deswegen definitiv machen, ich kann euch wirklich sagen, das hilft sehr viel. Wenn ihr das dann auch schon habt, dann kann es endlich losgehen und zwar mit dich selbst zuerst bezahlen. Bezahle dich selbst zuerst. Was bedeutet das? Jeden Monat gehen bei euch Daueraufträge raus oder es wird Geld abgebucht. Die Miete, die Versicherung, die Netflix-Subscription, was weiß ich. Am Anfang des Monats geht einfach sehr viel Geld weg. Dann bezahlt ihr alles, was ihr so zum Leben braucht. Ihr kauft ein, ihr geht essen, gönnt euch mal ein Bier und am Ende des Monats, das, was ihr übrig habt, wird gespart. Das heißt, das, was ihr spart, ist eigentlich eure eigene Bezahlung. Ihr bezahlt euch selbst und euer zukünftiges Ich. Und das ist ein bisschen ein Fehler. Das war auch bei mir ein Denkfehler. Ich habe immer gesagt, okay, ich versuche diesen Monat ein bisschen was überzuhaben am Ende und dann lege ich das zur Seite. Macht es genau andersrum. Macht einen kleinen Plan. Wo gebt ihr Sachen aus? Wo geht euer Geld hin jeden Monat? Und dann sagt ihr euch, okay, ich kann genauso weiterleben ungefähr, wenn ich nicht schaffe es dabei, 100 Euro im Monat zu sparen. Und ab jetzt macht ihr es andersrum. Ihr sagt, ich spare 100 Euro im Monat und ich komme mit dem Rest klar. Und dann macht ihr euch einen Dauerauftrag am ersten vom Monat und diese 100 Euro gehen auf euer Sparkonto oder Investmentkonto oder wo auch immer hin oder auf euer Notgroschen-Tagesgeldkonto. Ihr bezahlt euch selbst zuerst und erst dann gehen die Rechnungen an andere Personen raus. Und erst dann lebt ihr von dem Rest, der übrig bleibt. Und dann kann das Konto ruhig auf Null gehen. Was ihr gespart habt, ist bereits weg. Das heißt, ihr habt das Wichtigste für eure Zukunft bereits erledigt. Und auch das ist so ein Mindset-Change, der kommt auch sehr häufig vor in verschiedenen Büchern. Ich werde euch ein paar in der Beschreibung verlinken. Bezahl dich selbst zuerst. Das ist wirklich ein super Tipp, der mir sehr geholfen hat. Und ich muss mir am Ende des Monats einfach keine Sorgen mehr machen. Gar nicht mehr. Mein ganzes Sparen, mein ganzes Investieren, das läuft vollautomatisiert. Der Dauerauftrag geht am Anfang des Monats raus und ich lebe einfach vom Rest. Und ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen, wenn ich am Ende vom Monat auf Null komme, weil ich habe mein Zeug ja schon erledigt und die Investitionen laufen. Und sobald ihr das geschafft habt, bezahlt dich selbst zuerst, dann startet. Startet klein. Wenn ihr noch nie vorher investiert habt, ihr müsst eure Erfahrungen machen. Ihr habt verschiedene Strategien. Ihr habt zum Beispiel, ihr wollt in Unternehmen investieren, von denen ihr begeistert seid. Egal, ob das jetzt Netflix ist oder Tesla oder Amazon, Google, wer auch immer. Oder vielleicht habt ihr ETFs oder ihr wollt, so wie ich, auf eine Dividendenstrategie in diesem Portfolio gehen oder ihr wollt mehr in Immobilien und in Reeds investieren. Was auch immer es ist, startet klein, fangt mit dem kleinsten möglichen Dauerauftrag an, mit dem kleinsten möglichen Sparplan. Bei der Bank, bei Comdirect, bei der ich bin, ist es 25 Euro. Das ist bei vielen anderen Banken auch 25 Euro, bei manchen ein bisschen mehr, 50 oder so. Aber es geht schon super klein los und dann macht ihr eure Erfahrungen. Probiert rum, ihr werdet vielleicht ein bisschen Geld verlieren. 25 Euro ist nicht die Welt, das könnt ihr verkraften. Wenn nicht, dann macht euch vielleicht mehr Gedanken. Geht auf ETFs, die sehr breit gestreut sind. Aber selbst wenn ihr 100 Euro sparen könnt im Monat zum Beispiel, fangt mit 25 Euro an, macht eure Erfahrungen über ein paar Monate. Eure Strategien werden sich irgendwann ändern und so weiter. Und je mehr ihr hin und her switcht mit den Strategien, desto schwieriger wird es, vor allem wenn ihr anfangt zu verkaufen. Dann wird es immer kritisch. Ich würde euch empfehlen, nicht zu traden. Nochmal, ich bin kein Finanzberater oder irgendwas. Ich teile hier meine Meinung, nehmt es als Entertainment pur. Aber ich würde euch definitiv empfehlen, nicht zu traden. Das vor allem nicht, wenn ihr anfangt. Das ist dann reine Spekulation. Das kann man nicht mehr investieren nennen. Denn das macht zwar Spaß vielleicht oder man kommt da schnell in Versuchung. Aber da könnt ihr auch einen Haufen Geld verlieren. Und deswegen, wenn ihr die oberen Steps gemacht habt, seid ihr zumindest so weit, dass ihr auf das Geld gegebenenfalls verzichten könnt, falls ihr verliert. Aber das muss euch halt klar sein. Investieren und anlegen und auch spekulieren vor allem. Das sind alles hohe Risiken. Das Geld kann weg sein. Nichtsdestotrotz, wenn ihr wirklich investiert, auf langfristig geht, egal ob es einkommensbasiert oder valuebasiert ist, also auf Wertsteigerung der Anlagen, fangt klein an und macht eure Erfahrungen. Das würde ich euch definitiv ans Herz legen. Das sind so die vier Punkte, wo ich sagen würde, wenn ihr in 2020 startet, macht das zuerst. Vielleicht habt ihr ja schon gestartet letztes Jahr mit ein bisschen. Schaut euch trotzdem die ersten beiden Punkte an. Schulden abbauen, Notgroschen aufbauen. Das sind wirklich Sachen, die euch psychisch auch sehr, sehr viel Freiheit geben, um den Investmentkram weiterzutreiben. Ich selber habe meinen Notgroschen aufgebaut. Den werde ich in 2020 noch ein bisschen vergrößern, dass er nicht nur mich covert, sondern auch noch meine Freundin, meine Frau. Und beim Schulden abbauen bin ich zum Beispiel nicht so weit, wie ich sein sollte. Ich habe noch ein paar Schulden. Ich stecke jeden Monat einen Haufen rein, um das abzubezahlen. Und ich bin im Überlegen, ob ich nicht in 2020 da auch ein paar größere Zahlungen mache, dass das wegkommt. Ich habe zwei Kredite abbezahlt, bevor ich investieren angefangen habe. Das ist ein super Gefühl. Ich habe noch einen größeren Berg, der weg sollte. Und deswegen muss ich da auch selber auf mein Rad noch ein bisschen weiter eingehen, weil ich mache aktuell beides. Aber schuldenfrei zu werden, ist definitiv auch ein großes Ziel von mir. Ich bin da aber sehr nah dran. Also das wird definitiv hinhauen. Notgroschen ist aufgebaut. Das hier mache ich schon... Entschuldigung, das war ein Wecker. Mich selbst zuerst zu bezahlen, mache ich schon länger. Und ich habe ebenfalls klein gestartet. Und jetzt, wie ihr seht, also 1.000 Euro im Monat ist schon ziemlich viel für mich. Und ich habe aber vor, dass es da noch weitergeht. Also wir gehen hier, wie gesagt, den Agro-Mode und fangen an. Ja, das war es. Meine Tipps für 2020. Wenn ihr mit investieren anfangt, macht eure Erfahrungen, findet eure Strategie, was euch am besten gefällt. Man kann natürlich auch mehrere Strategien verfolgen, ja. Aber seid euch einfach bewusst, in welche Richtung es geht. Schaut andere YouTube-Videos, lest ein paar Bücher darüber. Fangt an zu investieren und macht eure Erfahrungen. Jeden Tag, den ihr wartet, ist verpasste Erfahrung und gegebenenfalls sogar verpasste Renditen. Deswegen ist es definitiv teurer, nicht in den Markt zu investieren, als die ganze Zeit zu warten. Fangt an. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Mein Ziel für dieses Jahr, 20.000, soll dieses Portfolio hier groß werden. Und ja, freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.